Ähm, ich keine Ahnung warum die Übertragung jetzt wieder beendet wurde und das kurz rumgespann hat. Naja, ist gut jetzt. Ich muss meinen Ansatz neu überdenken. Mein Ultimate ist für den Einsatz bereit. Beugt euch meinem Willen. Ah komm, was ist das denn so wieder? Wieso läuft das so beschissen in letzter Zeit? Ich verstehe das nicht. Wow. 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 Vielleicht ist eine neue Methodik erforderlich. Zieleerlager. Ey! ich bin gespannt ich habe sicher eine eine habe ich auf jeden fall eliminiert drei eliminierung die verschwindet können wir da führungsrolle verstehe ich jetzt nicht ich verstehe es einfach nicht wie es bei mir so scheiße laufen kann ich keine ahnung heute irgendwie scheiße darauf gestern war ich scheiße darauf vorgestern weil ich wahrscheinlich auch scheiße darauf ich bin irgendwie nicht mehr gut habe ich so das gefühl also wenn er sowieso auf cover und so ja gut oder keinen bock auf dass dieses deathmatch hat dann ist ja egal warum passiert das jetzt schon wieder legt das spiel oder was ich habe mich nicht zurückbewegt aber irgendwie ich habe das hat nicht gedrückt bin ich zurückgegangen aber der charakter schon so kann man das sagen geht schon sehr gestern so irgendwie und dann wird plötzlich übertragung beendet warum auch immer ich habe echt keinen plan wow ok es sieht so aus als wären das jetzt alle anfänger oder so oder sind noch nicht so weit auf jeden fall nichts für die matches gemacht heute hey 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 Und wir gehen vor. Und wir gehen. Alter, ich hab ne Mörse. Junge, der hat's irgendwie. Oh man, ey, ich bin irgendwie gerade nicht richtig da. Ich muss mich wohl wieder reinspielen, ey. Das wären wir aber nicht, äh, oh man. Unser Kontrollpunkt verlieren. Also wenn man dich so schnell eliminieren kann und so einfach, dann könnten wir das irgendwie schon hinbekommen. Oh, die scheiße Mörber, ey. Hau ab, du scheiß, Roadhog, ey. Also entweder heilen, äh, meine Teammates mich sehr gut oder die Gegner sind echt schwach. Wenn die so schnell, äh, zu eliminieren sind und ich, äh, halt nicht gleich. Junge, äh, die Mörber nervt irgendwie. Die bekomme ich nicht tot. Das war ein Mist. Dann brauchst du ja, okay. Das ging jetzt schnell und einfach. Ja. Okay, die konnten wohl nichts machen. Oh man, kann ich nicht mal einen guten Match haben, bis hierher und nicht weiter, eine weitere Trophäe erhalten. Weil ich ihn einfach nicht tot bekomme, aber, ey, krass. Der hat drei Kills damit gemacht, krass. Ja, okay, einer war ich. Gott, mein, mein Bein, ah, oh. Gott. Irgendwie verlegt oder so. Nach der Eliminierung, ah, oh, okay. Schön. 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 Unterwegs nach Petra. Ein Schuss, ein Treffer. Wow, wir mussten nachladen, wirklich. Deswegen habe ich... Jetzt schon wieder dieselbe Scheiße unter zweimal Diva jetzt. Krass, ey, dass ich es einfach nicht hinbekomme. Obwohl ich gesehen habe, dass es nicht mehr viel Leben hatte. Die Diva. Zumindest das Märchen, ich denke, es wird dich dann auch zerstört. Wow. Echt dumm. Teilweise. Ihre Sicherheit ist mein oberstes Gebot. Ich bevorzuge eine wenige Direkte in den Wolken. Aber ich sorge immer für, wir sind fast. So geht das. Ich werde diese ganzen Blut. Mächtig ohne. Mhm. Mhm. Okay. Hm. Ich hoffe nicht, wirklich gut. Was zur Hölle? Ach, das machen wir wieder. Moment. Moment. Das war's für heute. Wo kam jetzt diese Genji her?